Hallo liebe Immis, hier spricht euer Immi-Opa, euer Begleiter fürs Leben im Rheinland. Heute die Absichtserklärung in der Vergangenheit. Das ist eine der vielen Lebensrettungsmaßnahmen im Rheinland, in diesem Fall eine klassische mediterrane. Die Absichtserklärung in der Vergangenheit, die wird angewendet, wenn der Rheinländer einen Auftrag, den er hätte erledigen sollen, nicht erledigt hat, was normal ist. Mit offenem Blick in die Augen wird er ihnen dann auf ihren Vorhalt, ja haben sie das denn nicht erledigt, sagen, ich wollt, dass dieser Tare noch erledigt haben und wendet sich wieder seiner Arbeit zu. Bitte sagen sie niemals in Köln, ich hab das nicht erledigt. So etwas irritiert den Kölner, weil, ich mein, ne, das sagt nur der Westfale und sind nicht Vergangenheit und Gegenwart mindestens ebenso volle Möglichkeiten wie die Zukunft hat. Und ist die Absicht nicht schon die halbe Miete? Also bitte macht was draus.